Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir eine sportliche Uhr von Casio aus Japan mit der Modellbezeichnung EQB-1100D-1AER. Ein Modell, dessen Funktionen mich wirklich überrascht haben. Ich werde für dich in diesem Video auf alle wesentlichen Merkmale der Uhr eingehen und darüber hinaus auch kurz das Bedienkonzept der Uhr vorstellen, welches nicht unbedingt selbsterklärend ist. Abschließend werde ich zusammenfassen, was du vor dem Kauf dieser Uhr unbedingt wissen solltest und was mir an diesem Modell besonders gut gefällt und was mir eventuell weniger zugesagt hat. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ausgeliefert wird die Uhr in einer einfachen blauen Kunststoffbox. Mit dabei die üblichen Unterlagen wie eine Kurzanleitung, die Garantiebedingungen usw. Schauen wir uns jetzt die Uhr einmal gemeinsam aus der Nähe an. Das Gehäuse der Uhr und das Armband sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Das Gehäuse misst an der breitesten Stelle 44,6 mm ohne die Krone und hat eine sehr geringe Höhe von nur 8,9 mm und auch ein verhältnismäßig leichtes Gewicht von 124 Gramm. Die Länge des Gehäuses von Bandanstoß zu Bandanstoß beträgt 51,1 mm. Die Uhr wirkt in ihrem Erscheinungsbild angenehmerweise etwas kleiner als wie es die Eckdaten vermuten lassen und sie ist wirklich schön flach. Auffällig bei dem Gehäuse ist die markante achteckige Lünette. Sie ist auf der Oberfläche deutlich erkennbar vertikal gebürstet. Dieses achteckige Design hat Casio bereits seit einiger Zeit für sich entdeckt und auch schon erfolgreich umgesetzt bei einer G-Shock-Serie, die von Casio-Fans als Casio Oak bezeichnet wird. Ursprünglich stammt dieses achteckige Design von einer Ikone in der Uhrenwelt, der Royal Oak, eines renommierten Schweizer Herstellers. Die Royal Oak selber wird seit mittlerweile fünf Jahrzehnten in verschiedenen Varianten gebaut und zählt zu den bekanntesten Luxusuhren. Doch zurück zu unserer Casio. Die gebürstete Oberflächenbearbeitung der Lünette wird fortgeführt auf der Oberseite der Bandanstöße und auch auf dem Großteil des Armbandes. An der Ober- und Unterseite hat die Lünette noch eine abgeschrägte Kante, die hochglanzpoliert ist. Auch diese hochglanzpolierten Flächen werden vom Gehäuse an den oberen Kanten und von den mittleren Armbandgliedern wieder aufgegriffen. Die achteckige Formgebung der Lünette setzt sich auch in der Form des darunterliegenden Gehäuses fort. Die Krone, klassisch auf Position der 3, ist durch einen Flankenschutz zusätzlich geschützt. Weiterhin gibt es zwei Drücker auf Position der 2 und der 4. Der Gehäuseboden und die Krone sind nicht verschraubt. Dennoch bietet die Uhr eine Wasserdichtigkeit von bis zu 100 Metern bzw. einem Druck von 10 Bar. Das auf der Oberseite eingesetzte Glas ist ein entspiegeltes Saphirglas. Es ist nicht gewölbt und schließt plan mit der Lünette ab. Die Grundfarbe des darunterliegenden Zifferblatts ist bei diesem Modell ein sehr dunkles, mattes Grau. Je nach Lichteinfall sieht es teilweise sogar fast schwarz aus. Die Hilfszifferblätter auf Position der 12, 6, 8 und 9 sind ein wenig tiefer eingelassen. Zwei der Hilfszifferblätter sind silbern eingefasst, das untere rahmt ein markant blauer Ring. Die Indizes sind aufgesetzt und auch, wie die zentralen Zeiger für Stunde und Minute, mit Leuchtmasse ausgekleidet. Alle anderen Zeiger kommen ohne Leuchtmasse daher. Im Außenbereich werden die Indizes von einer schwarzen Lünette Metachymeter-Skala eingefasst. Auf Position der 4 befindet sich ein nicht gerahmtes Datumsfenster mit einer schwarzen Datumsscheibe und weißen Zahlen. Welche Funktionen haben jetzt diese ganzen zusätzlichen Anzeigen der Uhr? Das Hilfszifferblatt auf Position der 12 zeigt standardmäßig für die normale Uhrzeit die 24 Stunden an. Das Blatt auf der 9 dient im normalen Modus der Anzeige einer zweiten Zeitzone. Diese wird auch im 12-Stunden-Format dargestellt. Zu diesem Zifferblatt gehört ein sehr kleiner darunterliegender Indikator für AM oder PM, also die Anzeige für vormittags oder nachmittags für diese zweite Zeitzone. Das untere Hilfszifferblatt zeigt standardmäßig den Wochentag an. Angetrieben wird die Uhr durch ein hauseigenes Quarzkaliber von Casio mit der Modulbezeichnung 5639. Die benötigte Energie liefert die ins Zifferblatt integrierte Solarzelle. Die Gangreserve gibt Casio bei voller Ladung mit ca. 5 Monaten an, ohne weiteres Licht. Mit aktiviertem Stromsparmodus beträgt sie sogar 19 Monate. Eine Besonderheit des Uhrwerks ist die mögliche Kopplung über Bluetooth mit einem Smartphone und einer kostenfreien App von Casio. Wenn die Uhr entsprechend verbunden ist, synchronisiert sich die Uhrzeit viermal am Tag mit einem Zeitserver im Internet und die Uhr läuft entsprechend genau. Aufgrund der GPS-Positionsinformationen vom Smartphone wird auch gleich die richtige Zeitzone erkannt und eingestellt. Ohne diese Smartphone-Unterstützung gibt der Hersteller die Genauigkeit des Quarzwerkes mit typischen ±15 Sekunden pro Monat an. Neben der Uhrzeit wird auch der Wochentag und das Datum automatisch eingestellt. Dieser ewige Kalender, in dem man sich nicht selber kümmern muss, ist bis in das Jahr 2099 vorprogrammiert. Weiterhin bietet das Werk, wie schon angesprochen, eine Weltzeitfunktion. Auch eine Stoppuhr und einen Tagesalarm hat Casio in das Modul 5639 integriert. Das Bedienkonzept. Wie du die wesentlichen Funktionen dieser Uhr bedienen kannst, zeige ich dir nachfolgend. Um alle Funktionen der Uhr vollumfänglich nutzen zu können, ist die Installation der entsprechenden Casio App aus dem App oder Play Store erforderlich. Die Installation selber fordert zahlreiche Zugriffsberechtigungen an, wie Zugriff auf den Standort, das Versenden von Benachrichtigungen, Bluetooth etc. Wenn die Installation durchgeführt wurde, muss man im nächsten Schritt innerhalb der App das Uhrenmodell auswählen, welches registriert werden soll. In meinem Fall hier das Modell EQB-1100. Jetzt erscheint innerhalb der App die Aufforderung, den unteren Knopf der Uhr für zwei Sekunden gedrückt zu halten. Es dauert einen Augenblick und jetzt kann ich diese Uhr in der App registrieren. Auch dieser Vorgang braucht wieder ein paar Sekunden. Ich bekomme die Rückmeldung, die Registrierung war erfolgreich und jetzt wird standardmäßig auch aufgrund meiner GPS-Informationen vom Smartphone die Uhrzeit direkt eingestellt. Die Einstellungen für die zweite Zeitzone lassen sich jetzt auch super komfortabel innerhalb der App auswählen über ein Menü. Ich klicke hier unten auf World Time, sehe jetzt meine Heimatzeit, sehe eine voreingestellte Weltzeit für New York. Man kann diese jetzt ändern, entweder wenn ich hier einfach durch diese Weltkarte scrolle, ich kann rein oder auch rauszoomen oder ich kann hier oben direkt einen Namen eingeben für eine Stadt. Zu beachten ist hierbei, dass die Namen auf Englisch vergeben sind. Ich suche mir mal Tokio raus, bestätige meine Auswahl und bestätige auch das Senden diese Einstellungen an die Uhr. Auch hier dauert es wieder einen kleinen Moment und ich sehe auf dem Hilfszifferblatt bei der Neuen wird jetzt die Uhrzeit von Tokio eingestellt. So, jetzt ist die Uhr erst einmal mit der App gekoppelt und ich habe die Weltzeit eingestellt auf Tokio Japan. Wie wird jetzt bei dem Modell die Stopp-Funktion aufgerufen? Wenn die Uhr im normalen Anzeigemodus ist, Kasio bezeichnet diesen als Kalendermodus, reicht ein kurzer Druck auf den oberen Knopf und das Stoppen beginnt direkt. Der große zentrale Sekundenzeiger flitzt auf die Position der Zwölf und läuft dann weiter im Sekundentakt für die Stoppzeit. Die beiden Zeiger des Hilfszifferblattes auf der Neuen wandern ebenfalls auf ihre Zwölfer-Position. Sie stellen die gestoppten Minuten und sogar die Stunden des Stopp-Vorgangs dar. Auf dem unteren Zifferblatt wechselt der Zeiger vom Wochentag auf die Position der Null. Durch erneutes Drücken auf den oberen Knopf wird die Stoppuhr angehalten. Für das Zurücksetzen kann jetzt einmal der untere Knopf gedrückt werden. Mit einem erneuten Druck auf den unteren Knopf wechselt man wieder zurück in den normalen Kalendermodus. Eine Besonderheit von diesem Modell ist das Messen von Rundenzeiten, zum Beispiel für den Rennsport. Ich starte jetzt mal wieder die Stoppuhr und lasse sie für 20 Sekunden lang laufen. Wenn ich gleich bei laufender Stoppuhr einmal den unteren Knopf drücke, dann stoppt der Sekundenzeiger und zeigt für ca. 10 Sekunden noch seinen letzten Stand an, damit man diesen in Ruhe ablesen oder eventuell auch notieren kann. Im Hintergrund wird die Stoppzeit zum Zeitpunkt des Drückens allerdings auf Null gesetzt und die Stoppuhr automatisch neu gestartet. Sieht man hier. Bis zu 200 dieser Rundenzeiten kann die Uhr aufzeichnen. Diese Art des Stoppmodus von Rundenzeiten ist nicht zu verwechseln mit der klassischen Zwischenzeitmessung, bei der die Stoppzeit im Hintergrund weiterläuft. Es entspricht von der Funktionalität eher der sogenannten Flyback-Funktion, wie man sie von speziellen klassischen Chronografen her kennt. Die Stoppfunktion bietet insgesamt eine bemerkenswerte Zeitmessung von 24 Stunden bzw. um genau zu sein, von 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Wenn man die von der Stoppfunktion aufgezeichneten Daten in die App importiert, sieht man die Zeiten sogar mit einer Genauigkeit von einer Tausendstel Sekunde. Bei dem Aufzeichnen von Rundenzeiten werden diese in der App farblich mit einem Graphen dargestellt. Wirklich beeindruckend umgesetzt. Ansonsten kann man auch einfach über die App den täglichen Alarm einrichten. Die Einstellung erfolgt unter Verwendung des Hilfszifferblattes auf Position der Neuen und der dazugehörigen AM-PM-Anzeige. Alternativ geht dieses Einstellen auch direkt an der Uhr ohne App beigezogener Krone. Was gibt es sonst noch zu beachten bei der Bedienung von dieser Uhr? Mir ist es am Anfang gelegentlich passiert, dass ich nicht gleich zuordnen konnte, ob sich die Anzeige der Uhr jetzt im normalen Kalender oder im Stoppmodus befindet. Dieses erkennt man allerdings ganz einfach auf dem unteren Hilfszifferblatt. Wenn der Zeiger dort auf der linken Seite die Wochentage anzeigt, ist der Kalendermodus aktiv. Ansonsten einer der Stoppmodi. Gut gefällt mir an dem verwendeten Werk, dass die zentralen Stunden- und Minutenzeiger des Hauptzifferblattes durchgehend die normale Uhrzeit anzeigen. Egal, welche Zusatzfunktion man ansonsten benutzt. Das Armband ist ein flaches, mehrgliedriges Edelstahlarmband, welches sich zur Schließe hin ein wenig verjüngt. Das Armband greift die Gestaltung aus mattierten und hochglanzpolierten Oberflächen des Gehäuses auf und auch die abgeschreckten Kanten finden sich hier bei den Mittelgliedern wieder. Die Schließe ist eine einfache Bügelschließe mit beidseitigen Drückern und einer Feinverstellung für mehrere Positionen. Hier siehst du die Uhr an meinem Handgelenk mit einem Umfang von ca. 18-18,5 cm. Superschön flach, passt perfekt und trägt sich angenehm. So mein erster Eindruck. Was du vor dem Kauf der Uhr unbedingt wissen solltest. Für die optimale Nutzung der Uhr, wenn du auch wirklich den vollen Funktionsumfang einsetzen willst, solltest du ein Smartphone haben mit Internetanbindung und die App installieren. Nur damit hast du die automatische standortabhängige Einstellung von Datum und Uhrzeit, die automatische Umstellung von Winter- und Sommerzeit, die außergewöhnliche Genauigkeit und die tollen Zusatzfunktionen. Wenn du das alles nicht benötigst, reicht dir technisch eventuell auch ein günstigeres Modell aus der Serie von Casio. Mit Verwendung der App hast du natürlich auch eine weitere Software auf deinem Smartphone, die wieder Berechtigungen benötigt, Daten speichert, deinen Standort abfragt etc. Das möchte unter Umständen auch nicht jeder haben. Das Bedienkonzept der Uhr war zumindest für mich ohne Anleitung nicht selbsterklärend. Ich musste hier wirklich nachlesen. Wenn man es einmal verstanden hat, kommt man schnell damit zurecht. Ansonsten hilft natürlich ein kurzer Blick in die App bzw. ins Internet oder auch ganz klassisch in die Anleitung. Mit der Solartechnologie bietet dir die Uhr einen nennenswerten Vorteil gegenüber vielen anderen Quarzuhren. Der typische und immer mit Kosten verbundene Batteriewechsel entfällt. Erwähnenswert ist noch, dass dieses Modell nicht mehr über den klassischen Funkempfang verfügt, den Casio viele Jahre in zahlreiche Uhren integriert hat. Dieser wird abgelöst durch die Bluetooth-Technologie. Für eine Uhr mit Metallgehäuse und Metallarmband ist dieses Modell verhältnismäßig leicht und flach. Wenn du nur dicke und schwere Uhren magst, bist du hier nicht gut bedient. Mein Fazit zu der vorgestellten Casio. Die Uhr hat mich echt überrascht. Gekauft habe ich sie mir ursprünglich, weil mir das außergewöhnliche und sportliche Design richtig gut gefallen hat. Insbesondere das Gehäuse mit seiner achteckigen Formsprache und den zahlreichen raffinierten Details hat es mir angetan mit seinen stimmigen Proportionen. Auch die Abmessungen und die geringe Höhe finde ich super und dann noch zusätzlich Saphirglas und die Solarfunktion einfach klasse. Weniger gefällt mir die, bei einigen japanischen Uhrwerken beliebte AMPM-Anzeige für die normale Uhrzeit. Für mich persönlich bietet diese wieder keinen nennenswerten Mehrwert. Auch eine besser ablesbare Anzeige für den Wochentag würde ich mir wünschen. Die Darstellung mit einem Zeiger auf einem glänzenden Ring mit Buchstaben und Punkten ist zumindest für mich gewöhnungsbedürftig. Wirklich überrascht hat mich, dass man in Kombination mit der App tatsächlich einen deutlichen Mehrwert bekommt. Der Mechanismus für das Einstellen der zweiten Zeitzone mit der Weltkarte innerhalb der App ist echt klasse. Insbesondere hat mich auch die Stoppuhr beeindruckt. Bei einer analogen Uhr eine Stoppgenauigkeit von einer tausendstel Sekunde, einem Speicher für 200 Rundenzeiten und sogar eine einfache grafische Auswertung sind echt bemerkenswert. Der von Casio aktuell aufgerufenen Listenpreis von 299 Euro für diese sportliche und innovative Uhr ist aus meiner Sicht absolut angemessen. Ich bin wie immer neugierig darauf, wie dir diese Uhr gefällt. Hast du Verwendung für diese besonderen zusätzlichen Funktionen? Nutzt du die Uhr in Kombination mit dem Smartphone? Oder ist es für dich einfach nur eine schöne Uhr? Schreib es mir bitte einfach in die Kommentare. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen und auch kein neues Video verpassen willst, abonniere bitte meinen Kanal. Herzlichen Dank für dein Interesse und dein Feedback. Beste Grüße, bis bald, dein Michael